In diesem Video geht es um den Aufstieg Österreichs zur Großmacht. Ich erkläre dir, wie die Habsburger durch Heiratspolitik und Kriege Macht gewannen. Außerdem erhältst du Informationen über wichtige Ereignisse wie die Türkenkriege und Reformen unter Maria Theresia. Die Habsburger waren eine der einflussreichsten Familien in Europa und spielten eine entscheidende Rolle beim Aufstieg Österreichs zur Großmacht. Ursprünglich aus der Schweiz stammend, gelang es ihnen durch geschickte Heiratspolitik und Erbschaften ihre Macht auszuweiten. Schon im 15. Jahrhundert beherrschten sie viele Gebiete im Heiligen Römischen Reich. Ein Schlüsselmoment war die Doppelhochzeit von Wien im Jahr 1515, organisiert von Maximilian I. Durch die Hochzeiten seiner Enkel mit Mitgliedern der ungarischen und böhmischen Königshäuser stellte er sicher, dass diese Gebiete in den Habsburger Einflussbereich kamen. Dies legte den Grundstein für die spätere Kontrolle über das Königreich Ungarn und Böhmen. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Aufstieg zur Großmacht waren die Türkenkriege. Insbesondere die erfolgreiche Verteidigung Wiens im Jahr 1529 gegen die Osmanen stärkte die Position der Habsburger und führte zu einem Ansehen als Verteidiger des Christentums. Die Habsburger in Spanien, insbesondere Karl V., erweiterten ihren Einfluss durch die Kolonisation Amerikas und die Kontrolle über Gebiete in Europa, einschließlich der Niederlande. Obwohl die spanischen und österreichischen Linien getrennt waren, profitierte Österreich indirekt von dieser Macht. Unter Ferdinand II. förderte Österreich die Gegenreformation und versuchte, den Protestantismus im Heiligen Römischen Reich zurückzudrängen. Diese Bemühungen festigten die Kontrolle der Habsburger über mehrere Gebiete und stärkten die Bindung zur katholischen Kirche. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war ein entscheidender Moment für die Habsburger und Österreich. Trotz vieler Verluste und Zerstörungen gelang es ihnen, ihre Gebiete weitgehend zu halten und den Einfluss im Reich zu wahren, vor allem durch den westfälischen Frieden. Im 17. und 18. Jahrhundert dehnte Österreich seine Gebiete weiter nach Osten aus. Durch die Einnahme von Teilen des Osmanischen Reiches, wie Ungarn und Transsilvanien, wurde die Position als Großmacht gefestigt. Maria Theresia führte wichtige Reformen in der Verwaltung und im Militär durch. Ihr Sohn Josef II. setzte diese fort und modernisierte das Reich weiter. Beide trugen dazu bei, Österreich als europäische Großmacht zu etablieren. Im Jahr 1806 wurde das Heilige Römische Reich aufgelöst, aber die Habsburger behielten ihre Macht in Österreich. Auch wenn sie an Einfluss verloren, blieb Österreich eine Schlüsselmacht in Europa, vor allem im 19. Jahrhundert mit der Gründung des Deutschen Bundes.